Hallo und jetzt kommt so ein neuer Folge mit mir, heute machen wir was ganz anderes, heute seid ihr dran, ihr ratet welche Sounds von verschiedenen Vlogs, also heute dieses Thema ist die wir erstmal eh nur, ihr lasst von meiner Aufnahme und es sind nur ein paar, nicht so viele, aber es sind halt ein paar, also von meiner Aufnahme und ihr ratet, ihr habt 10 Sekunden Zeit, also ihr hört erst den Sound, also 10 Sekunden Zeit zu rach decken, welche Locke es sein könnte, die Locke kommt, und dann wird ihn aufgetrunken, dann viel Spaß im Video und wir legen los! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020